Ok... Ja... Wir wären jetzt hier, äh... Bei diesem Blinke-Tor, das mir nicht sehr vertrauens... Vertrauens erscheint? Fröhlich? Nein! Sieht auf jeden Fall nicht gerade lustig aus, wo man sich denkt, ja, hier möchte ich gerne... 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 Nein, gerne möchte ich hier gar nichts machen. Ich will einfach nur ein paar leben. Da wäre ich Ihnen und Ihre Mitmenschen sehr verrunden. Des Weiteren möchte ich anmerken, dass dieses Etwas mich zutiefst verwirrt und ich so gut bin, dass ich nicht einmal ein stehendes Objekt treffe. Hubala! Und meine Raketen verballer wie so ein Düdel. Weiter geht's! Ja, äh... cool. Ah, nimm das du direkt, so... Äh... Was ist denn das überhaupt für eine Kreature, ey? Ah, wie toll! So... Kann der eigentlich auch Schaden machen? Ja, kann er. Das kann er auf jeden Fall. Aha, der ändert also seine Farbe, wird ein bisschen schneller. Ich baller Raketen trotzdem noch vorbei. Wir brauchen Raketen... Oh, bist du lustig! Ja, nimm dir einen mit... Oh, Alter, jetzt geht er ab, ey! Was ist denn jetzt los? Soll ich mich verärgert oder was? Seine Mutter beleidigt. Boah! Also für das ganze Safe-State entschuldige ich mich natürlich, aber... Oberlad, den wollte ich es halt. Damn, ey! Geht das Ding ab, ey! Junge! Hui! Tschöck! 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 Ey, ist der auch mal tot da an demnächst? Nein! Leben! Lalalalala... Aua! Aua! Ach, oh bella! Treff das Ding doch endlich! Das war's! Das war gewonnen! Oh! Oh! Okay... Ich darf ja mal kurz raus... Okay, ich habe jetzt also gegen, äh... Tollwütige Pflanze... Tollwütige Pflanze gewonnen... Ja... Äh... Sehr toll, wie ich das finde... Äh... Hä? Ah... Jetzt habe ich also schon Super-Missiles... Und was können die? Hm... Naja, ist aber egal... Ach du, Teichstin... Du kommst mir nicht davon... Was ist denn so geklappt, ey? Was fliegen denn da? Was fliegen denn da? Ach, den Dammarsch... Ich... Weg... Ah! Aha! Okay... Jetzt verstehe ich... Die Super-Missiles... Ballern also alles weg... So... So... Voila... Sparsam umgehen... Sparsam im Umgang mit Super-Missiles... Äh... Das war ein bisschen zu früh... Wer will das mir verübeln, wenn ich hier nicht runter möchte? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Kann ich jetzt was gegen erzählen? Komma... Einfach mal durchrennen, ey... Ich mein, ich bin ja... Einfach mal durchführen... Und das Hauptmachin... Äh... Hier... Oh... Den wollte ich eigentlich gar nicht... Safen... Egal... Auf drei rennen hier... Eins, zwei, drei... Aha... Michael Jackson leeeeeept! Uh, ah... Don... Bom, bom... Bom, bom... La, 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 la... Warum hab ich so Schiss da oben lang zu laufen? Ach, so ein Spiel... Ah... Wettwegen... Neee... Aua... So... Geht doch... Weiter geht's, ey... Als durch die Gänge hier... Strasse ja richtig voran... Hä? Ah... Hier... Geht's hier schon irgendwo runter? Ne... P... Äh... Ja... Wir haben ja also... Wasser... Weil das mich... Zutiefst... Irritiert... Da ist... Naja... Mich total... lähmt... Ah... Deswegen kam er zu toll... Vor... Äh... 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 Nein... Äh... Nein... Also wenn ich mir jetzt schon wieder gleich die Karte angucke... Bin ich jetzt auf Marie da, wo ich eigentlich irgendwie mal gar nett hin wollte... Weil ich da keine Karte habe! Oh... 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 Ob ich ihn nicht doch lieber umdrehen sollte... Oh... Wer ist denn jetzt? Ah... Da ist ein Endgegner... Okay... Werde ich da wohl noch kurz hinschlappen... Oh... 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 Schneller... Jusen... Oh... Mach... Hine... Rell... Oh... Ah... Hier geht es also auch nach links und nach rechts... Wusste ich ja gar nicht... So... Ist es jetzt schon wieder was zum Rade oder war? Nicht schon wieder... Geht ja mal gar nicht... Hm... Versteh ich nicht... Versteh ich ganz und gar nicht... Egal ob ins nächste Tor... Leben... Pfff... Ach... Gott... Wie lustisch... Ha... 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 Das ist jetzt auch wieder... Größter Rotz, ey... Energy Tank... So... Und nach dieser glorreichen Tat... Werde ich mich mal wieder... Untertitelung... ...